Tja meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Top 10 Video. Heute kommen die Tech Nines dran. Wir beginnen hier wie immer mit dem Platz Nummer 10 und gehen dann hoch zu Platz 1 mit Angaben, was die Sachen so kosten im Schnitt, also in FT. Ah ja bitte, da haben wir auf meinem 10. Platz die Tech Nine Brother. Die liegt hier, weil Daira hier mit am Start ist da hinten. Normalerweise ist jetzt der Skin halt nicht so nice, aber er hat sich schon in mein Herz reingeballert. Über die Streams und so weiter und so fort, über die Lore, die dahinter sitzt und wie gesagt, das ist Daira, das ist klar. Darum auch 10. Platz, 47 Cent, kostet das Ding in FT. Ja, naja, bisschen viel irgendwie. Weiter geht's mit dem 9. Platz, dort liegt die Mami's Rod, 2,31 Euro. Ich muss die eben nochmal raustaben, sorry. Ich habe ja schon im Anubis Collection Video gesagt, dass ich die jetzt halt nicht so richtig, also die ist schon cool, die sieht schon sehr sehr cool aus. Die Collection an sich kam ja nicht so gut an und Pipapo, aber die hat natürlich schon ihre Schönheiten. Also dieses zusammengezogene, dieses umwickelte eben, dieses typische mumifizierte Geschotterer hier, das kommt schon sehr gut rüber. Darum ist sie eben auch hier mit in der Top 10 dabei. Es gab, so wie bei jeder Top 10, viele, viele Skins, die jetzt leider nicht drin sind, die ich gerne mit reingenommen hätte. Aber ich kann halt nicht den, was weiß ich, siebten Platz oder achten Platz achtmal belegen, sondern muss mir halt eins aussuchen. Und das ist hier für den neunten Platz die Mami's Rod. Platz Nummer 8, grün, Nuclear Threat, war ja irgendwie klar, dass die bei mir auf jeden Fall mit dabei ist. Ich glaube, die war früher sogar deutlich höher, aber mittlerweile hat sich mein Top 10 oder mein Geschmack an sich bei den Tech Nines wohl etwas abgewandelt. Also ich habe auf dem ersten Platz eine, die kannte ich, glaube ich, noch nicht. Oder ist es zu lange her, vielleicht ist die auch schon auf der letzten Top 10 dabei gewesen und ich wusste es noch nicht. Aber das, ja, da kamen ein paar Sachen jetzt rein, die sich halt auch verändert haben. Achter Platz, wie gesagt, in FT, 33 Euro, das ist halt wirklich krass für eine Tech Nines. Aber, also wenn du halt Grün-Fan bist, so wie ich, dann ist es halt schon wirklich Bagger, Bagger. Auf dem siebten Platz liegt eine von diesen neun angesprochenen, die Tech Nines Rebel. Die ist jetzt zwar schon, also die ist aus dem Revolution Case, geht vom Alter her. Ich habe die davor noch nie gesehen, also vor heute. Sicherlich habe ich die mal gesehen, aber ich habe es halt nicht im Kopf gehabt. Die sieht sehr, sehr cool aus. Die hat irgendwie was ganz Besonderes. Vor allem die Herzen da hinten, oh, köstlich. Kostak Wanda, 21 Cent, also geht auch wirklich vom Preis her. Ist in Ordnung für so ein leckeres Teil. Dann vielleicht noch ins Dead Track, oh. Für 39 Cent liegt mein sechster Platz hier recht günstig, auch nach wie vor da. Die Tech Nines Re-Entry ist es. Die war auf jeden Fall auch in meiner letzten Liste drin. Die gefällt mir sehr gut oder hat mir sehr gut gefallen. Mir ist dieses Mal halt direkt aufgefallen, dass ja hier unten nichts drauf ist. Die ist so nackt. Wenn sie das weitergeführt hätten, irgendwie. Ich glaube, das wäre es gewesen. Aber so ist es jetzt halt irgendwie, dann wäre sie bestimmt noch ein Ticken weiter oben. So ist sie halt eigentlich langweilig. Aber wenn man die Hand davor hält und nur das hier oben sieht, dann ist es ziemlich gut. Die Tech Nines Avalanche liegt auf meinem fünften Platz. Ich meine, ich habe eben, ja, 88 Cent gelesen. Kostak Wanda halt. Die war, glaube ich, auch sehr, sehr weit vorne bei mir. Da habe ich auch noch eine kleine, oder hatte ich damals halt die Story, dass ich die von, ich glaube, Ego Leipzig, beziehungsweise von David mit W, hieß das Teil, glaube ich, damals geschenkt bekommen habe. Weil ich wohl David immer dann mit V geschrieben habe oder so. Ich weiß nicht genau, aber ja, die Tech Nines Avalanche. Schönes Teilchen, 88 Cent, wie gesagt, geht. Und hier ist eben auch der Skin überall. Also das ganze Ding ist beskinnt. Das ist, finde ich, eigentlich, das sollte eigentlich zum guten Ton gehören, würde ich sagen. Dass man, wenn man den Skin rausbringt, dass der nicht nur hier ist oder hier oben auf dem Barrel, sondern komplett überall. Jetzt wird es wieder etwas teurer. Für 3,10 Euro ist man hier auf meinem vierten Platz bei der Tech Nines Fuel Injector. Die gibt es auch als AK und ich bin mir nicht sicher, ob es das noch auf anderen Waffen drauf gibt. Schönes Teil, schönes Teil. Gelb, naja, geht. Aber ebenso mit diesem Gesamtbild oder der Gesamteindruck, das habe ich die ganze Zeit gesucht. Das ist doch schon, ja, hatte ich nicht hier damals auch irgendwas gesagt, dass mich das hier an irgendwas erinnert? Dieser eine Kinderfilm mit den Robotern, Real Robots, oder wie es hieß? Nee, From Zero to Hero oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht mehr sicher, woran mich das erinnert. Aber ja, es ist ganz nett. Schöner vierter Platz. Jetzt, Leute, kommen dann wieder die Plätze 3, 2 und 1. Hier könnt ihr mitraten, was da wohl drauf liegt. Also, ja, was bei mir da wohl drauf liegt. Und natürlich könnt ihr wie immer gerne eure eigene Top Ten, Top Five oder Top Three zum Besten geben in den Kommentaren. Platz Nummer 3. Let's go! Für knappe 10 Euro bekommt ihr den dritten Platz einfach, ach gut, ja, kostengünstig ist es übertrieben gesagt. Naja, es ist sehr übertrieben gesagt. Also, die Techline Dezimato liegt auf meinem dritten Platz. 9,58 Euro oder sowas kostet das Teil. In FT ist schon recht teuer. Ja, also, ich nehme an, auch hier ist durch CS2 einiges angestiegen. Aber es ist halt auch wirklich nice. Auch der große Bruder, die M4, M4-1S Dezimato, auch sehr geil. Das kann man auf jeden Fall machen. Ja, darum eben, ja, mein dritter Platz. Auf meinem zweiten Platz liegt Techline Bamboozle. So, die kostet 34 Cent und ist hier auch wieder sehr, sehr schön grün. An sich auch ein einfacher Skin, aber zum Beispiel hier erkennt man halt perfekt, finde ich, diese Fortsetzung oder Weiterführung auf dem Rest der Waffe. Wie wichtig es eben auch ist. Es sieht so gut aus. Es ist so schön geworden. So ein nices Teil. Auch guter Gesamteindruck. Auch hier natürlich mit diesen Rissen, wo du dann auch wiederum ein bisschen mehr von dem Bambusinneren siehst. Ist einfach schä. Ist einfach schä gemacht. So, aber was ist auf dem ersten Platz? Dort liegt bei mir für gerade mal 3,11 Euro die Techline Remote Control. Ich weiß nicht, warum die es mir so angetan hat, aber ich habe vorhin durch die Liste geschaut, durch die Skins und habe natürlich auch mit den grünen Skins geliebäugelt und hin und her. Und dann sehe ich dieses Teil. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass viele sagen, was findest du denn, die ist doch toll. Der Detailgrad, es ist so viel zu sehen auf dem Teil und dann sieht sie auch haptisch. Also es sieht so aus, als könnte man sich schön in der Hand halten. Also es sieht gleichzeitig gestickt aus irgendwie, so ein bisschen und dann doch technisch und hin und her. Das gefällt mir ultra gut. Also wenn es diese Waffe in echt gäbe, fühlt sie sich glaube ich auch sehr nice an. Also der Griff speziell, wenn man das Teil hält. Einfach ein cooles Ding. Ich denke auch, dass die Farbkomposition irgendwie, dass es mir irgendwie gefällt. Die hat auch dieses sehr hellblau, wie bei der Avalanche. Und dann trotzdem auch Fuel Injector mäßig, diesen schwarzen Tipp hier vorne und dann der Gelb. Also sie hat irgendwie von den eben Gezeigten einiges vereint sich hier drin. Und ja, ist mein Platz 1 für gerade mal 3 Euro. Ist wirklich ein lecker Teilchen. Und hier oben sind das jeweils 3 Lampen. Kann man nicht sagen. So, und das war es dann auch schon wieder. Wir lösen jetzt noch ein Giveaway auf und starten ein neues Giveaway, dass wir mit unserer Liste vorankommen. Erstens. Beim letzten Mal gab es für euch diese Desert Eagle Trigger Disziplin. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Das war das Video mit den P2000s, Top 10 P2000s. Vielen Dank für 24 Kommentare. Kuss geht raus. Und man sollte, ich glaube immer, seine Lieblings-P2000 schreiben. Meine Lieblinge sind dein 10. und dein 4. Platz. Optimal in FN und StatTrak wie gehabt. Ich nehme die sehr gerne. Und da ich eh noch einen Rot-Fetisch habe, passt es ja auch wieder. Angrab, schön, dass man dich hier auch mal sieht. Angrab ist extrem, also generell jemand, der halt schon sehr, 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 sehr lange kommentiert. Ein extremer Bubbler, sage ich mal, der schon lange, lange da ist. Auch viele Jahre mittlerweile Kanalmitglied, bezahlendes Kanalmitglied hier auf YouTube ist. Und ich glaube, er hat bis jetzt noch kein YouTube-Giveaway gewonnen. Wurde auch mal Zeit, Angrab, wurde auch mal Zeit. Ja, dann, Angrab, brauche ich von dir bitte einmal hier oder diesem Video die Nachricht, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Yay, cool, ich habe was gewonnen. Und dann schreibst du bitte noch hier in deine Kanal-Info, hier müsste irgendwo Kanal bearbeiten stehen, in deine Kanal-Info einfach deinen Link, deinen Trade-Link rein. Und dann passt das. Sehr schickes Bild übrigens. Und natürlich starten wir auch noch ein neues Giveaway für euch. Und zwar die P90 Fright gibt es. Da ist irgendwie auch noch Lore hinten dran, meine ich, mit der Maus und Train und hin und her. Da gab es was. Kann man sich ja mal anschauen. Ich glaube, ich hatte mal so eine Doku oder sowas ähnliches gesehen. Digital zu gewinnen, man nimmt wie folgt mit. Ihr schreibt, ob ihr gerne die Tech9 spielt. Ja oder nein. Beides passt. Wenn man darüber irgendwas schreibt, ja, ich spiele sie gerne, weil oder nein, weil, bla, bla, bla. Dann ist man automatisch im Giveaway mit dabei. So, das wäre es dann auch wieder gewesen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Falls dieses Video am Freitag, den 12.05. kommt, dann streame ich heute leider nicht. Das ist einer der, keine Ahnung, drei Freitage im Jahr, an denen ich keine Zeit habe. Also wir sind morgen verfrüht im Urlaub, im Kurzurlaub über das Wochenende. Deswegen, ich nehme es ja gerade am Donnerstag auf, deswegen ist der 12.05. leider kein Streamtag. Aber sonst, jeden Dienstag und Donnerstag und jeden Freitag. 18 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr. Let's go, rankommen, meine Damen und Herren. Und Kuss. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine rickenfette Mutter auf die Instagram-Messe.